Hallo liebe YouTuber, willkommen in meinem neuen Video. Passend zur Zeit ist es ja ganz toll, wenn man frische Kräuter zum Kochen zu Hause hat. Hier ist Rosmarin, Oregano, Thymian und jeder hat aber Platz für so ein Kräuterbeet. Und ich als alter Naturfreak bin in meinen Garten gegangen und habe meine Birken angeguckt und habe gedacht, so ein Kräuterbeet muss man ja nicht unbedingt am Boden machen. So ein Kräuterbeet kann man auch hängend machen. Und das ist dann zwar kein Beet, das sind dann Kräuterkörbe, aber das macht ja nichts. Und damit so eine richtig schöne Farbe dabei ist, habe ich eine Schnaude dazu ausgesucht. Das ist Lusimachia oder auch Pfennigkraut und das wächst bis zu einem halben Meter. Und mein Gedanke war, dass dieses wunderschöne Kraut, so hoffentlich stürzt es jetzt nicht ab, dass dieses wunderschöne Pfennigkraut an der Birke so schön entlang wuchert. Ja, und jetzt gehen wir erstmal in mein kleines Birkenarchiv, weil da muss ich jetzt natürlich ein paar tolle Birkenstämme suchen, die ich an meinem Geländer pinnen kann. Und ich habe auch eine Astschere dabei, ich habe einen tollen Wickelfaden silbernen dabei. Und warum ich eigentlich hier stehe und euch das zeige, ist dieser raumhafte Birnbaum. Dieser raumhafte Birnbaum, der steht jetzt in seiner allerschönsten Blüte und ich freue mich auch auf ganz, ganz viele Früchte, aber ich musste euch das einfach gezeigt haben. So, weiter geht's an der Birke, weil wir suchen uns jetzt auch schöne Stücke, die hier richtig gut dazu passen. Komm einfach mal mit. So, unser kleines Birkenarchiv gelagert haben wir die Birken, sodass wir, im Moment, du hast das Kabel von dem Mikro wegkommt. Wir stellen ein Stück Styropor drunter zum Lagern, weil wenn die dann in der Erde sind, dann werden die ganz schnell hässlich. Und die Birken müssen gar nicht alle so gerade sein, weil ich möchte ja meine Korbhänkel dranhängen und habe gedacht, oh, da kann ruhig mal so ein Halter abstehen. Aber ich möchte ihnen natürlich allen frischen Anschnitt geben und dann sieht es schöner aus. Und man kann immer alleine arbeiten, wie man jetzt an mir sieht, weil ich nehme einfach die Birke zwischen die Knie und schneide die ab und dann geht es ganz, ganz leicht, die zu schneiden. Und dann brauche ich nicht immer eine andere Person, die mir das hält. Und wenn man natürlich eine richtig gute Astschere hat, dann geht es, wie du hier siehst, wie Butter. Ich habe die Höhe von meinem Geländer angeguckt. Den fand ich auch total witzig, weil das ist eigentlich schon so der Haltegriff für diesen Korb. Ganz so lang brauche ich das natürlich nicht. Das heißt, ich kürze den auch ein bisschen. Und hier an der Seite, also das kann man sich alles mal schön zurechtstürzen und hübsch machen. Und jetzt kommt die Bewährungsprobe. Aber auch das geht. Notfalls zieht man es einfach auf den Boden und drückt den Griff von der Astschere runter. Und schon ist alles zerschnitten. Und ich brauche jetzt so ein paar Birkenstämme, die in einer ähnlichen Länge sind. Die ich mir jetzt einfach mal auf die Schnelle zurechtschneide. Und schön ist natürlich auch so ein schöner, dicker Birkenast. Wenn du besonders fleißig bist, kannst du auch nämlich eine Gemüsebürste nehmen und die Birke nochmal schwuppen, dann ist sie natürlich schön weiß und strahlt ganz toll. Die Mühe habe ich mir jetzt in dem Fall nicht gemacht. Aber es lohnt sich auch, je frischer die Birke, desto besser hält sie natürlich. Aber so, jetzt haben wir dann gleich ein bisschen auch anstrengend. Wenn jemand sagt, der Job vom Floristen wird keine Mühe mit sich bringen, dann ist dem Wald gefehlt. Diese Birkenstücke nicht wegschmeißen, die sind auch ganz toll dekorativ in Blumentopf. So, und jetzt gehen wir eigentlich mal an unser Objekt der Begierde und werden mal gucken, wie wir die Birkenstücke am Geländer oder wenn du den Hausband hast zum Festpinnen, wie wir das am Geländer festmachen. Da habe ich nämlich einen silbernen Wickelgrad dabei. Den Bestelllink für den silbernen Wickelgrad, den mache ich dir natürlich nochmal ins Video rein. So. Also ich habe geschlossen, dass ich hier was tun muss in der Optik und bisher hing hier so ein Topf mit einem, naja, mit einem Efeu, aber der Topf ist jetzt nicht mehr so schön. In dem haben wir auch ein Draht aufgelenkt. Eine gute Drahtschere ist unerlässlich und dieser Zinktopf, der wird jetzt mal abgemacht und die ollen Sachen vom Winter, die müssen jetzt mal weg und deswegen haben wir jetzt mal ganz frische, schöne Sachen. Ja, die Länge mit dem Geländer ist eigentlich sehr schön und ich stelle das auf die untere Kante von dem Geländer im Zirkel, wenn es hier zum Beispiel ein bisschen höher ist. Dann kann ich sie unten anstellen. Ja, das sind eigentlich schon mal ganz schöne Vorlagen. Ich habe hier einen silbernen Wickelgrad. Das zeige ich gerade mal im Video. Das Wickeldraht ist fester zum Wickeln als Myrkendraht, der wir sehen schon ganz toll, ganz toll was fixieren. Und da wickele ich jetzt die Birke an zwei Stellen an das Geländer. Ein fixieren an zwei Punkten reicht eigentlich schon, weil die Birke kann ja dann nicht mehr weg. Und um die, dass der Draht sich nicht mehr lockert, ich muss gar nicht so oft rumgehen, dass der Draht sich nicht mehr lockert, verdrehe ich den einfach mit der Birke. So, da gehe ich jetzt nochmal drinnen rum, weil das ist mir jetzt noch ein bisschen zu locker. Dann ziehe ich das ordentlich fest. Und ich habe natürlich extra einen silbernen Draht genommen, weil zu der Birke, das Auge ist ja immer mit, zu der Birke sieht es natürlich viel schöner aus, wenn der Draht jetzt in Silber ist und nicht in Grün, weil ich möchte den Draht nicht so gut sehen, weil meine Spruch ist immer, ich verstecke die Technik. Und die Technik ist natürlich in dem Fall der Draht, die muss jetzt einfach mal verschwinden. Und die Technik ist natürlich auch sehr, 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 sehr. So, jetzt haben wir da schon ein kleines Grundgerüst an Birken. Das ist eigentlich ganz lustig. Man kann das natürlich immer noch dichter machen oder man kann auch weniger Birken nehmen. Und ich habe schon so überlegt, ob ich für die Optik nochmal einen Birken ab und her das Geländer lege. Ich finde eigentlich, das macht es auch ein bisschen stimmiger und es verdeckt das Geländer schöner. Das mache ich jetzt auch. Aber wie so oft, die Arbeit, die ich so machen möchte, die entsteht dann hauptsächlich erst, wenn ich, ja, wenn ich am Arbeiten bin, ich weiß vorher nicht immer, was ich so machen will. Das ist auch ganz lustig, die Sachen so auszuprobieren. Und ich teile das natürlich meine Experimente sehr gern mit euch zu tun. Das macht total Spaß. Und vor allem die Antworten, die machen das super Spaß. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr zu Hause Platz habt für ein Bräuterbeet. Oder ob ihr da auch keinen Platz habt und ob das für euch eine Option ist. Beziehungsweise man kann ja auch schöne Birkenstämme nehmen und dann Pflanzen, einfach schöne Blutpflanzen auch an die Birkenstämme längen. Das müssen ja gar nicht Kräuter sein. Aber jetzt ist eben Kräutersaison. Und ich fand, dass das super passt. Ich gehe mal kurz meine Taschen her. Weil die Anfroge sind die Taschen und dann würde ich noch die anderen. Und dann sind wir die Bräuter. Genau, das waren nämlich so meine Anzünden. Das ist unerschöne frische Grün. Die Bräuter bringen nicht so viel Grünwirkung. Und das alles hier an den Birken zu fixieren. Und wenn man hier die Tasche einfach einhängt. Super. Genau so ist der Plan. Und jetzt erst mal die Trockenübung dazu. Das sind meine Taschen, die ich gern hinhängen möchte. So. Das sieht dann schon mal ganz gut aus. Ich hätte sogar noch eine. Und ich würde sagen, wir legen mal mit drei Stück los. Das ist eigentlich mal ein schöner Anfang. Und wir gehen die mal bepflanzen. Diese Taschen haben eine Folie. Ist ja ganz oft, dass man so Gefäße mit Folie kauft. Die Folie müssen natürlich auf jeden Fall Löcher rein. Und dann kann man ein bisschen Drainage machen. Ein bisschen Styropor-Schnäpsel oder ein paar Hydro-Kultur-Kugeln. Und dann noch mal ein Stück Stoff dazwischen. Weil sonst geht die Erde gleich in die Drainage. Und dann pflanzen wir erst eher Erde drauf. Und dadurch, dass diese Drainage da ist, haben die Pflanzen eine ganz tolle Belüftung von unten. Und das Wasser kann ablaufen. Und das ist dann eine fachgerechte Bepflanzung. Die machen wir jetzt gleich mal im Laden drin. Und wenn wir dann mit den bepflanzten Taschen wieder rauskommen, dann werden wir dem Ganzen hier den Feinschliff geben. Das ist gleich im Laden. Wir haben jetzt hier diese großen und kleinen Taschen, wie wir ja gerade gesehen haben draußen. Und ich mache jetzt auch Löcher in die Folie. Das heißt, ich nehme die Folie einfach hier raus und schneide Löcher rein. Ein paar. Und damit dann natürlich die Erde nicht so durchzuckt, gehe ich her und nehme, kannst du eine alte Jeans, irgendeinen Stoff, dann lege ich hier so ein bisschen. Ach so, erstmal mache ich natürlich eine kleine Belüftungstrainage. Also ich mache entweder Styroporschnitzel oder Hydrokulturkugeln. Nur, dass so ein bisschen am Boden bedeckt ist. Dann kommt der Vlies drauf. Und dann kommt gleich die Erde drauf. So, das mache ich jetzt gleich bei allen drei Taschen. Und was ganz, ganz, ganz wichtig ist, vor den Pflanzen immer die Topfpflanzen wässern. Also erstmal schön tunken. Gießen mit der Gießkanne hat zu wenig Wirkung. Einfach schön in den Eimer tunken, bis keine Blasen mehr aufsteigen, bis nichts mehr blubbert. Und dann sind die Eimer bestens versorgt, weil ansonsten ist das nicht so wirksam. Ja, dann habe ich... Ich fand es schöner, wenn es drei Elemente sind. Zwei kleinere und ein größeres. Und dieses Pfennigkraut, das ist natürlich ein hervorragendes Kraut, das wächst bis zum halben Meter lang. Und das macht vor der Birke ja diese wunderschöne farbliche Wirkung. Und wenn wir unsere Taschen da dranhängen, das wird natürlich ein optisches Highlight. Und es wird sich auch sehr wohl fühlen. Es ist unheimlich genügsam. Das ist eine Staude. Und bringt diese wunderschöne, dieses frische, tolle Grün. Diese schöne Farbwirkung. Also es ist schon so eigentlich. Ganz toll. Ja, dann bepflanze ich gleich noch die zwei anderen Taschen. Wenn man hier auf dem Rand von dem Korb ein bisschen Erde hat, das macht nichts. Einfach ein Besen nehmen und schon ist es weg. Ja, dann bepflanze ich gleich noch die zwei anderen Taschen. Bei den Kräutern würde ich auf jeden Fall das üppigste in die Mitte machen. Und die kleineren links und rechts. Wenn du Pfefferminze bei den Kräutern pflanzt, dann würde ich dir empfehlen, der Pfefferminze einen kleinen Extrakorb zu geben. Weil erfahrungsgemäß wuchert Pfefferminze über die Maßen. Und dieses Experiment würde ich nicht einigen, dass die anderen Pflanzen alle keinen Platz mehr haben. Und am Schluss hast du nämlich einen eigenen Pfefferminze Korb oder eine eigene Pfefferminztasche. Kann ich dir aus Erfahrung berichten. Und bei anderen Kräutern wie Rosmarin, Thymian, auch ein Bucher nicht so stark wie die Minze. Ich fühle mich gerade, als ob ich vom Shoppen gekommen wäre, aber Shopping war anders. Nicht mit Einkaufstaschen, sondern mit Reutertaschen. Oh, herrlich. Und die duften so toll. Ich habe jetzt auch die Kräuter in die größte Tasche reingemacht. Und mein Gedanke war, dass diese Tasche auf jeden Fall hier mittig mittig das Arrangement schmücken soll. Und jetzt siehst du auch, warum ich eigentlich solche Sachen nie wegschmeiße. Weil man kann ja immer noch auf die Erde ein Stück Wölke legen. Oh, sieht schön aus. So, dann hängen wir noch die anderen Täschchen hier auch ein. Das ist auch gut, wenn ein paar Verzweigungen an der Birke sind. Ist ja auch immer gut zu wissen, was du so suchen musst und was dann auch gut aussieht. Und die Dritte, ich muss mich hier seitlich einhängen. Auch hier ist noch ein bisschen Platz. Ein bisschen für die Birke in so ein Stück. Ich hätte es noch ein bisschen ordentlicher abfegen können. Oder ein riesiges Korbchen verschenkt. Es gibt ja beide Möglichkeiten. Dann ist es natürlich toll, wenn es jetzt mit einem Bändchen verziert ist. Auch hier kann man sehr schön noch den Draht zum Beispiel benutzen, um das Bändchen, ja, um diese Schleife zu gestalten. Und ich habe jetzt ein Juteband genommen. Und das kann ruhig sehr natürlich aussehen. So ganz lässig wie frisch aus dem Garten noch geholt. Ich liebe immer zwei Bänder. Oft mache ich bei Kränzen ein Organta-Band und dann noch dazu ein Band, das ein bisschen blickdichter ist. Oder hier ein breiteres und so ein schmales. Das ist auf jeden Fall eine ganz freundige Kombi. Das war meine Kräuteridee heute. Der Kräutergarten. Ja, wohin mit dem Kräutergarten? Ohne viel Platz zu brauchen und mit diesen wunderschönen malerischen Wirkenstämmen. Ich hoffe, dir hat meine Idee gefallen. Und ich freue mich über Kommentare. Vor allem, welche Kräuter du so anpflanzt und wie du das avanchierst. Das lässt dich ja auch vielleicht an die Wand schrauben und die anderen Wirken dagegen schrauben. Kommt vielleicht auch die Männer mit ins Spiel, um ein bisschen zu helfen. Und ja, auf jeden Fall für heute alles Liebe. Ein schönes Wochenende. Und dann auch viel Spaß beim Kochen und beim Genuss mit den tollen Kräutern. Und ich sage einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Margit. Tschüss, deine Margit.